Für die fraktionslosen Abgeordneter Martin Sonneborn. Herzlichen Glückwunsch! Der EU-Führung ist zur Abwechslung mal etwas gelungen. Sie hat unserem Wertepartner, dem Irren aus Baku, dabei assistiert, die Demokratische Republik Azag vollständig auszulöschen. Ratspräsident Michel und Frau von der M. Leyen haben Aserbaidschans Diktator Aliev so lange den Rücken gestärkt, bis dieser vollendete Tatsachen schaffen konnte. 120.000 Menschen bombardiert und vertrieben. Das dürfte mehr sein, als noch an die EU und ihre Werte glauben. Mit Billigung der Borels und Baerbocks wurde das Völkerrecht missbraucht, um eine kleine Demokratie unter die Herrschaft einer primitiven Diktatur zu zwingen. Deren Soldaten jetzt vor laufender Kamera mit Messern in der Hand Jagd auf Armenier machen. Was die wohlfallen Worte und Krokodilstränen angeht, die sie alle auf einmal vergießen, so wird sich zeigen, was sie wert sind, wenn Aliev sich, wie angekündigt, den Rest Armeniens einverleibt. Werte, 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 Poperte. Vielen Dank.